Hey Leute und willkommen zurück zu Spirit Tracks. Wie ihr seht, ich habe jetzt meine Bildschirme umgestellt und versuche mich nochmal hier an diesem Minispiel. Ich habe auch ein bisschen geübt, also ich habe jetzt einen Versuch schon gemacht und habe es da auch gleich geschafft, deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt auch gleich klappt. Hauptsächlich wollte ich halt gucken, wegen diesem fetten Typen am Schluss, wie viel der aushält ungefähr und... Ähm, man muss das so machen, ja. Man sollte den schon bevor alle Mini-Blinds tot sind, schon so ein bisschen abschießen, sonst wird das nix, ja. Hat man ja im letzten Part gesehen, dass ich das absolut nicht geschafft habe dann. Und dann zählt dann halt auch gar nichts, was man hier erreicht, ja. So, ich kann gerade auch nicht so gut kommentieren, denn ich muss mich hier auch ein bisschen konzentrieren. Ich meine, ich habe hier schon recht viele Punkte, also mit den 3000 sollte das eigentlich schon... Es sollte eigentlich schon safe sein, dass ich 3000 hier bekomme. Ich habe auch bis jetzt auch keinen einzigen verfehlt, deswegen... Das ist ziemlich gut. Okay, ja, perfekt. Ja, du hast Angst, ich weiß, ja, Lorde, auf geht's. So, jetzt... Okay, links schießt der einfach mal ganz automatisch, was soll's. Aber ihr seht schon, damit geht's einfach so viel besser, als es vorhin der Fall war, im letzten Part. So, okay, das hat leider nicht mehr getroffen, was soll's. Okay, die 3000 Punkte haben wir jetzt. Das ist doch schön. Ich mache jetzt halt noch so ein bisschen weiter, ja. So gut ich noch kann. Dann haben wir das hoffentlich gleich hinter uns. Ah, wenn ich jetzt wieder bei dem fetten sterbe... Oh mein Gott, ich hoffe nicht, ne. So, hier so ein bisschen schon abballern. Dann die kleinen hier, dann den wieder so ein bisschen, okay. Okay, gut. Man kann die Mini-Blinds komplett ignorieren, tatsächlich. Ich dachte, die bewerfen einen mit diesen Käfigen, aber zum Glück machen die das hier nicht am Schluss. Okay. Hey Kleiner, danke für die Rettung. Ich komme aus Papuzia. Meine Freundin wartet sicher bereits auf mich. Sag mal Kleiner, bist du im Dorf schon meiner Freundin begegnet? Ja, ich weiß nicht, welche das ist, deswegen, ne. Die ist lieb, oder? Sag mal, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Ih, mit dem Zug? Das trifft sich gut. Nimmst du mich mit nach Papuzia? Na klar. Vielen Dank, ich steig dann schon mal ein. Okay, gut. Dann stelle ich noch ganz kurz die Bildschirme um. Und wie gewohnt geht's weiter. So, ich weiß nicht, ob es hier auf der Insel noch irgendwas gibt. Vor allem, was genau hat mir jetzt der Rekord gebracht? Also die Punkte, die ich erreicht habe. Eventuell werde ich hier später noch mal hin müssen. Je nachdem, ob es da was Spezielles zu gewinnen gibt. Ja, wenn es nur Schätze sind, dann scheiß drauf. Aber, naja, ich weiß nicht. Jetzt auf jeden Fall will ich da erst mal nicht mehr hin. So. Oh Gott, das ist halt echt so stessig, ne. Aber ich werde halt noch mal nachgucken, ob es da noch irgendwas zu gewinnen gibt. Ich hoffe aber nicht. So, jetzt kommen wir erstmal die Piraten. Die legen sich erstmal so voll auf. Ey, unser Gefangener. Aber die kriegen mich nicht. Gut, und jetzt gibt es auch gleich eine Belohnung dafür. Ich hoffe, dass es das ist, was ich glaube, weil wenn nicht, dann muss ich eventuell doch noch mal zurück zu dem Schieß-Milli-Spiel. Also gleich. Ich kann ja einfach sagen, wie es ist. Wenn wir hier jetzt keine Herz-Container bekommen, dann gehe ich noch mal zurück. Weil dann muss es den Herz-Container im Piratenversteck geben. Oh, endlich wieder daheim. Sieht alles aus wie früher. Das freut mich. Und ich dachte schon, ich gehe nie wieder zurück. Diese Piraten. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Forstkristall, okay. Ist das alles? Nimm diese als kleines Dankeschön. Okay, neu stecken. Jo. So ein paar Abkürzungen. Na dann, ich gehe gleich einmal zu meiner Freundin. Die wird Augen machen. Bis dann und nochmals danke. Also kriege ich hier keinen Herz-Container. Oh, Moment. Wie? Da bist du ja wieder. All die Zeit. Aber du bist doch so schön wie früher. Ihr Gesicht ist ein bisschen sehr breit. Was sagst du da? Meine Gefangenschaft bei den Piraten war schrecklich. Jeden Tag Wasser und Brot. Wenigstens irgendwas, ne? Dieser kleine Held hier hat mich gerettet. Ach so, und warum kommst du dann zu mir? Äh. Was? Was sagst du denn da? Es fällt dir ein, nach all der Zeit plötzlich wieder bei mir aufzutauchen. Zwischen uns ist es schon lange aus. Und jetzt lass mich in Frieden. Du bist aber fies. Einfach durch Zelda durchgegangen. Er tut mir wirklich leid, Link. Wir hätten ihn nicht mit hierher bringen sollen. Ja, pff. Da hätten wir ihn einfach in Piraten versteckt lassen sollen. Hey, hör mal. Ja, was denn? Ich verteuere der Alten. Sie hat mir geraten, mich bald zu verloben. Kannst du mir da helfen? Ich soll dir wahrscheinlich einen Typen bringen, ne? Wirklich? Dann bring ihn nur schnell her. Ich warte auf ihn. Also mein Typ ist ein Mann mit Bart und großer Nase. Und männlich sollte er sein. Ist das zu viel verlangt? Hm. Ich hab da schon was im Kopf. So, was mit dir jetzt los? Sie scheint auf der Suche nach einem neuen Freund zu sein. Voll die Fott. Aber was kümmert mich das noch? Oh Mann. Der arme Typ. Naja, ich mein, so hübsch ist sie jetzt eh nicht, finde ich. Aber, ähm, Leute, so wie es aussieht, muss ich schon nochmal zurück zum Piratenversteck. Dann weiß ich jetzt immerhin, was es da zu gewinnen gibt mit den Punkten. Nämlich den Herzcontainer. Ich hoffe nur, dass ich meinen Rekord, den ich da jetzt aufgestellt habe, nicht brechen muss. Weil ich war jetzt schon ziemlich gut. Wenn nicht sogar fast perfekt. Ja, es war wirklich fast perfekt. Ich hab eigentlich keinen einzigen verfehlt. Ich hab am Schluss ein paar Mini-Blinds ausgelassen. Ja, aber sonst... Es könnte schwer werden. Es sei denn, der Rekord wurde jetzt nicht gespeichert. Weil es da nur darum ging, den Typen zu retten. Ich hoffe, Mann, dass es so ist. Wäre sonst echt kackewindig. Ja. Ich bete zu... Na, ich bin ein Atheist, deswegen... Das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber... Ich hab Hoffnung, dass... Der Rekord einfach immer noch auf die 1000 ist und ich einfach nur den da brechen muss. Wäre echt nice. Aber natürlich erst mal wieder die Bildschirme umstellen. Gut, auf geht's. Ähm... Was ist das jetzt? Was mit dir? Mein Freund wurde von Piraten entführt. Okay, ich hab mich grad gefragt, ob wir da jetzt nochmal wen retten müssen. Und damit wurde die Frage, ja, beantwortet. Ich bin ihm gefolgt, aber jetzt hab ich Angst bekommen. Bitte hilf ihm. Okay. Oh, wirklich? Nun, die Piraten sind in der Höhle. Es dürften einige sein, bis ich so viele wie du kannst. Wenn du erfolgreich bist, werde ich dich belohnen. Hilfe! Okay, das ist jetzt so ein... Corona-Boy. So, zeig mal Rekord her. Ist da jetzt immer noch 3000? Nee, scheiße. Okay, dann... Muss ich mich sehr, sehr, sehr anstrengen. Falls ich den überhaupt... Jetzt überbieten muss. Ich hoffe es wirklich nicht, ne? Ja. Ich hab jetzt eigentlich schon verkackt, wenn ich den... Überbieten muss. Oh Gott, okay, warte. Ich sollte ein bisschen weniger quatschen. Weil da kann man sich nicht so krass konzentrieren. Scheiße, das gibt's doch nicht. Vor allem hab ich vorhin die ganze Zeit gesprochen. Ja, und hab trotzdem alle erwischt. Alle erwischt und jetzt... Oh Mann, ist das scheiße. Komm, ich kann das noch... Irgendwie schaffen. Wahrscheinlich nicht, aber... Aber ich bin da jetzt einfach mal optimistisch. Hör auf, immer diese Pfeile automatisch zu verschießen, wenn ein neuer... Ja, ein neuer Teil kommt von dieser Höhle hier. Oder von dem Spiel. Scheiße. Also 3000 Hammer jetzt, aber... Stipp, 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 stipp... Ich hab mir so voll zur Seite geschubst. So. Danke, du hast mich gehetzt. Nimm bitte dies hier als kleines Dankeschön. Oh, der Köcher Äh, Moment mal, was? Damit kannst du mir Pfeile sagen Ja, okay Ich kann doch auf dich zählen, falls ich wieder verschleppt werde, oder? Das ist interessant Ah, weißt du was? Moment, ich muss mal kurz was gucken Okay, Leute, ähm Es gibt hier einen Herzcontainer, aber ich muss mindestens 4000 Punkte erreichen, um den zu bekommen Ja, das heißt, ähm, hoffentlich nur noch einmal spielen Und dann muss ich hier nie wieder hin Ich weiß, es ist echt langweilig hier, aber Muss halt auch mal sein, ne, in diesem Spiel Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich vorhin hatte Ähm, 3500 oder so Schätze ich jetzt einfach mal Ja, ich hab gegen, am, äh, gegen Schluss gar nicht mehr auf den Punktestand geguckt Ich sollte hier vielleicht nicht so einfach so, äh, rumballern Ich hätte einfach fast daneben geschossen, obwohl die einfach nur in dieser Reihe stehen Konzentration ist angesagt Wie immer halt Die kommen aber auch manchmal in anderen Formationen, ne, weil vorhin Beim letzten Versuch waren ja nicht, äh, war das ja nicht, dass die sich zweimal so aufgestellt haben In dieser Reihe Und er verschiebt wieder automatisch ein Pfeil Das heißt Ah, das heißt, der, der Streak, sag ich jetzt mal, wird wieder Resettet Das ist Ganz schön nervig Das heißt, ich muss eigentlich im Prinzip wissen, wann ein neuer Teil kommt Okay, jetzt hab ich mal nicht gedrückt gehalten Das heißt, der verschießt hier nicht automatisch ein Pfeil Shit Oh man, ich hab halt noch nicht mal 3000 Als ob ich jetzt noch daneben schieße, das kann es noch nicht sein Okay, warte, ja, der bringt auch noch Punkte Ja, okay, wir haben die 4000 Ich dachte schon, ey Ich dachte schon, ich hätte verkackt Ja, danke, du hast mich wieder gesaved Und da ist endlich der Herzcontainer Oh mein Gott Ich kann doch auf dich zählen, falls ich wieder verschleppt werde, oder? Nö Ich gehe Und komme nie wieder her Ähm Ja, Moment So, alles wieder beim alten Tschüss, Piratenversteck Bis nie wieder Achso, es gibt noch irgendwas Aber ich glaube nicht Dass es jetzt neben dem Köcher und dem Herzcontainer Dann noch irgendwas gibt Weil Wie viele Punkte soll ich noch holen? 5000 Falls es überhaupt möglich ist Lieber nicht Ich bin jetzt einfach am überlegen Ob ich jetzt auch irgendwelche Sidequests machen könnte Ich könnte Ja, noch so ein paar Couture Missionen machen, sag ich mal Aber wisst ihr was? Ich hab euch jetzt Und auch mich so gelangweilt mit diesem Schießspiel hier im letzten Part Und in diesem Part Ähm Ja, viel zu lange Deswegen Würde ich sagen Wir machen mal wieder ein bisschen weiter mit der Main Story Sidequests Ähm Können jetzt ein bisschen warten Ich glaube schon, dass ich vor dem Ähm Nächsten Dungeon Noch was mache In Sachen Sidequests Aber Jetzt machen wir erst mal hier in der Wüste Weiter Und hier sollte irgendwo ein Bahnhof sein Ich weiß aber nicht genau wo Wir sind auf jeden Fall wieder diese Statuen am Start Was für eine riesige Statue Wer die wohl errichtet hat? Der ist so gut Question Und da Endstar ist ein Portal Portal Oh Gott, hier gibt's wieder diese Haie Nur diesmal im Sand Richtig, Cass Ist er weg, oder? Ne, da ist er Mit der Hupe einfach Hupe Mit der Pfeife Einfach rauslocken Da waren gerade ganz viele Hab ich erst jetzt gesehen Und dann einfach abballern die Haie Ah, da vorne ist der Bahnhof Okay, alles klar Dann würde ich sagen Lass ich die Haie hier noch leben Okay, ja, okay Äh War vielleicht doch nicht so schlau Naja, was soll's Hier ist auf jeden Fall der Bahnhof Und zwar ist das Man kann sich vielleicht denken Der Sandschrein Und da habe ich eine kleine Story parat Die werde ich gleich erzählen Na, erstmal hier so rumgucken Ist recht leer hier Diese Hitze bringt den Körper zum Schmelzen Zum Glück habe ich keinen Oh Mann, Zelda Hahaha Äh Ich frage mich, was wohl mit meinem Körper gerade geschieht Ja, ich hoffe keine Unanstehendigen Sachen Ich hoffe einfach mal, dass Gleis und Marado nicht pädophil sind Das finde ich so cool Aber ja, meine Story Zum Sandschrein Ist Dass ich Als ich zum ersten Mal Spirit Tracks gespielt habe Da war ich einfach so Das war zu Weihnachten 2009 Da war ich wie alt? 2009 11 Jahre müsste ich da gewesen sein Und da war ich dann hier beim Sandschrein zu Weihnachten Da waren wir bei Also mit der ganzen Familie zusammen Ja Bei meiner Schwester Und Da wusste ich absolut nicht Was ich hier machen muss Ja, ich habe da so lange probiert Das weiß ich noch Und mir hat dann einfach so Mein Schwager gezeigt So ganz easy Ja, so geht das hier Zack, fertig Und ja Das war die Story Das war zur voll Komische Pause Aber naja Was in der Typen Ist da was? Okay Ah fuck Das wollte ich nicht Okay, warte mal Ähm Ich werde einfach mal Die beiden Statuen hier aufwecken Dann Werden wir schon wissen Was man hier machen muss Äh Wenn ich wüsste Wie das Lied geht Moment Das ist weg Lied Okay Zwei Statuen gibt's Und beide werden wahrscheinlich Denk ich mal Unterschiedliche Tipps haben Boingoing Denk nicht daran Was drinnen ist Den Blick nach außen Hier gibt es keine Statuen Ich glaube ich weiß Wie nur unterstützt Was man hier machen muss Nämlich Guck dich mal die Karte an Von dem Sunshine hier Und jetzt von der Wüste Das ist nämlich identisch Ja Wie es halt schon Die Statue hier gesagt hat Der Weg sind die Schienen Und Äh Das Wasser hier unten Das Meer Ich frag mich trotzdem Was Äh Da drüben ist Und wie man da Vor allem drüber Rüberkommen soll Da ist der Stempel Aber wie komme ich denn bloß Dahin Ich meine Mir ist kein Item bekannt Mit dem man Über Wasser laufen kann Oder so Also wie zum Zweifel Soll das hier gehen Fuck Das will ich doch nicht Hm Ja gut Dann lasse ich das glaube ich Erst mal in Frieden Stempel Weil wir kommen hier eh Nochmal her Ich muss jetzt nämlich Äh Erstmal mit dem Zug Wegfahren Und Ja man kann sich's denken Diese riesigen Statuen Von denen Die Blicke Wo die hingehen Einzeichnen Schätze ich mal Und dann werden wir Mal weiterschauen Das dann aber Erst im nächsten Part Ich bedanke mich wieder Recht herzlich bei euch Fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Haut rein Und ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020